Als ich das erste Mal mich bei Jugendhack angemeldet habe, war meine Mutter, ja, das klingt ja total spannend, du magst ja auch gerne programmieren, aber glaubst du nicht, dass das so komisch ist, wenn da nur so Jungs sind? Und die wollte jetzt gar nicht irgendwie blöd sein oder so, aber ich glaube, die hatte einfach in ihrem Kopf so eine ganz andere Vorstellung davon, was das ist. Wenn man das Wort Haken hört, denkt man ja vielleicht wirklich eher so ein bisschen so ansitzt im Keller und redet nicht. Aber ich glaube, dass ihr das auch ganz gut geschafft habt, irgendwie habt ihr vorhin auch schon gesagt, diese Wortbedeutung so ein bisschen zu wandeln und das wird ja auch immer am Anfang so gesagt, was bedeutet das denn überhaupt? Und dass das irgendwie bedeutet, sich kreativ mit Sachen auseinanderzusetzen und so. Genau, also ich glaube, das habt ihr ganz gut geschafft. Es gibt dann jetzt aber ja zum Beispiel, habt ihr ja auch immer so Initiativen für Diversity, zum Beispiel auch diese Diversity-Plätze. Wie ist es denn zum Beispiel dazu gekommen? Wichtig war uns halt schon immer irgendwie nicht zu beschreiben, was ist, sondern halt zu schauen, wo wollen wir hin so und was fänden wir für eine Gesellschaft in Ordnung oder strebenswert. Und da ist halt, was Gender zum Beispiel angeht, wollen wir natürlich das abbilden, was da ist in der Gesellschaft und nicht irgendwie weiterhin daran arbeiten, dass halt Jungs vor allem sich mit Technologie auseinandersetzen. Das hat uns wirklich schon immer ganz stark beschäftigt, dem halt ein Gegennarrativ entgegenzusetzen und die Geschichte anders zu erzählen. Und genau, das funktioniert halt stark über der Präsentation. Und dann war natürlich schon immer so, dass wir eigentlich überbucht waren, also oftmals Jugendliche ablehnen mussten leider. Und dann haben wir natürlich erst mal geguckt, okay, was sind dann Kriterien dafür. Und das war natürlich irgendwie Altersverteilung, vielleicht auf der Landkarte irgendwie eine Verteilung hinzubekommen, nicht nur aus Städten. Du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, wir geben unter anderem Mädchen verstärkt die Hand, damit es eben dieses mehr Selbstverständnis entwickelt. Das war eine super gute Entscheidung. Genau, und man braucht halt irgendwie eine bestimmte Anzahl an Mädchen, dass sich das auch nicht anfühlt, als wäre man da das Ufo in der Runde. Also wenn ich halt, wirst du wahrscheinlich mehr dazu sagen können, also als ich auf jeden Fall, genau, wenn ich da halt dann ankomme und erst mal stehe ich nur unter Jungs, dann kann es halt auch sein, dass ich zuvor wieder rückwärts rausgehe als Mädchen. Und das war uns schon immer ein Anliegen, dann da wirklich einen Raum zu schaffen, wo man sich dann eben auch in der Community an einem Gleichgesinnten, an anderen Mädchen wohlfühlt. Heißt ja nicht, dass ich dann nur mit Mädchen Praxis mache, aber zumindest fühle ich mich nicht, als irgendwie nicht Teil dieser Gruppe. Aber das ist auch so was, was für mich jeden Tag so total definiert hat. Also ich habe in der 10. Klasse wollte ich noch einen Informatikkurs beim Kollegen. Ich hatte eine 8. und in der 9. Klasse hatte ich einen Informatikkurs. Und weil ich die 9. hatte, war dann irgendwie in der 10. einfach so ein Loch. Aber ich wollte so gern weiterprogrammieren und dann bin ich in den Kurs aus der 11. Klasse durfte ich dann gehen. Und dann war ich da und das war, ich glaube, es waren 10 Jungs und die waren alle so anderthalb Jahre älter als ich, vielleicht zwei. Und alle waren irgendwie so ganz groß und hatten irgendwie einen Bart. Und ich war irgendwie 15 und konnte gar nicht so gut programmieren. Und da habe ich mich so ein bisschen so gefühlt, wie du es gerade so meinst, so wie so ein UFO. So, dass die so ein bisschen so, hm, kann die was? Und dass das auch so was war, wo ich immer total viel Angst hatte, dass ich mich so beweisen musste. Und das fand ich total angenehm hier, dass sie das erste Mal da war irgendwie. Also ich noch, fand ich es vor allem immer total nett, so mit Mädchen jünger als ich war zu reden, weil ich mich dann auch immer so ein bisschen gefühlt habe, dass ich denen ja auch noch was mitgeben kann. Also so, dass ich denen auch so zeigen kann, guck, ich bin jetzt irgendwie älter als ihr und ich mache es auch immer noch. Also dass ich dann so dachte, so vielleicht kann ich denen das mitgeben, so wenn man sich mit 13 für Technik interessiert, ist das auch total okay, sich auch noch mit 16, 17, 18 so für Technik zu interessieren.